Die 1691. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und ich freue mich für die Bahn, denn sie bekommt jetzt den ICE 3 so nach und nach ausgeliefert mit zwei Jahren Verspätung. Der neue ICE, der hat ja ein paar Vorteile. Es passen wohl um die 40 Personen mehr hinein in einen Zug und er braucht 10% weniger Energie. Böse Zungen sagen, weil gar keine Klimaanlage eingebaut ist, aber das stimmt nicht, sondern das Ding ist einfach ein bisschen aerodynamischer, geringerer Windwiderstand und damit spart es Strom. Ich weiß nicht, ob die Bahnticketpreise dann auch um 10% gesenkt werden, aber ich glaube eher nicht. Die Bahn an sich ist eine feine Sache und man kann, wenn man als Einzelperson irgendwo hinreist, mit der Bahn erheblich Geld sparen und natürlich auch Nerven. Die Bedingung ist, man fährt von einer ICE-Abgangsstation zu einer ICE-Haltestelle, ohne dass man irgendwo umsteigen muss, weil sobald Anschlusszüge zu verpassen sind, weil man eine Umsteigeverbindung hat, dann ist es schon wieder ein bisschen nervenaufreibend. Aber Bahnfahren für eine Einzelperson ist gar nicht so teuer, wenn man entsprechendzeitig bucht oder sich vielleicht auch eine Bahncard zulegt. Entweder Bahncard 25 oder Bahncard 50, wo man dann immer nur 50% des Normaltarifes bestellt. Das braucht man aber manchmal gar nicht, denn ich habe eine Bahncard 50 beispielsweise, aber manchmal nutze ich das gar nicht, weil der Sonderpreis, den die Bahn anbietet, niedriger ist als die Bahncard 50 Tarife. Muss man sich also einmal ganz genau durchrechnen, aber häufig ist es wirklich nervenschonender und man spart sich das Auto. Denn Autofahren, wenn man als Einzelperson unterwegs ist, ist richtig teuer. Man darf ja, wie ihr wisst, nicht nur den Benzinverbrauch rechnen, sondern auch die Abnutzung des Fahrzeugs. Bei zwei beziehungsweise drei Personen sieht es meistens schon wieder ein kleines bisschen anders aus. Jetzt aber zurück zum neuen ICE. Der neue ICE sieht fast so aus wie der alte. Ein bisschen modifiziert ist er natürlich, um die neuen Anforderungen zu erfüllen. Und ich bin mal gespannt, wie es innen drin aussieht. Ja, im Zug selbst, wo jetzt auch mehr Leute reinpassen. Aber ob man da so an Kleinigkeiten gedacht hat, wie zum Beispiel im Talys. Das ist ein Zug, der länderübergreifend fährt, von Köln nach Paris. Da gibt es nämlich sogenannte Handyzonen. Ja, da sollte man also nicht am Platz mit dem Handy telefonieren. Wird man auch dazu aufgefordert, das zu unterlassen. Das steht da überall. Sondern man geht quasi vor die Waggon-Tür innerhalb des Zuges, also in den Zwischenbereich zwischen den Waggons. Da sind die Laberzonen. Die sind auch mit einem Schild bla bla ausgeschildert, sodass man auch gleich weiß, was da gemeint ist. Und vielleicht hat der neue ICE das ja drin. Oder vielleicht hat er ja auch in WLAN überall in guter Qualität und ausreichend Steckdosen. Denn im normalen ICE müssen sich ja jetzt immer zwei Fahrgäste eine Steckdose teilen. Jetzt hat aber ja meist jeder ein energiehungriges Handy dabei. Und wenn es dumm kommt, auch noch einen Laptop, den er während der Fahrt aufladen möchte. Also bräuchte man ja pro Platz zwei Dosen, also müsste sich die Anzahl der Steckdosen vervierfachen. Ob sie dann wieder auf ihre 10% Energieeinsparung kommt, die gute Bahn, ist dann natürlich mehr als fraglich. Aber eine Sache wünsche ich mir natürlich noch. Kennengelernt habe ich das in Japan. Alle Plätze sind immer in Fahrtrichtung. Und das erreicht man dadurch, dass man alle Sitze drehen kann. Ja, man dreht also den Sitz in Fahrtrichtung nur, wenn es mal wirklich bewusst gewünscht ist, dass man in einer Vierergruppe fährt. Dann kann man die Sitze auch gegen die Fahrtrichtung drehen. Und dann hat man quasi so eine Vierergruppe. Bin mal gespannt. Das sind ja Sachen, die es in Japan seit Jahrzehnten gibt. Ob das die Bahn, Schrägstrich der Siemens-Konzern, der die Teile ja herstellt, auch liefert. Vielleicht hat ja die Bahn die ein oder andere Überraschung. Wenn ich das erste Mal in so einem neuen Zug fahre, werde ich euch das auf jeden Fall zuerst berichten. Und aus Anlass des ersten ICE-3-Zuges, der nun an die Bahn übergeben wurde, gibt es dann also heute den dritten Nachtzug nach Hamburg. Das gab es, glaube ich, auch noch nicht. Das war es für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Raiko. Untertitelung des ZDF für funk, 2017